Und ja, ich baller mal jetzt erstmal die halben Stacks hier weg. Hier, gegen Gift. Okay, spezielle Gegengifte, so wie es aussieht. Oder... 24 ist die Stackgröße jetzt mittlerweile. Ah, Grabkriecher diesmal. Okay, nerviges Viehzeug. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hm. Ja. 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 Hm. Geld, Gifte und Heiltränke. Holzen und Schnelligkeitsöl. Das Schnelligkeitsöl können wir eigentlich auch mal verkaufen. Okay. Noch mehr Holzen und Pfeile. Kugeln. Flammenpfeile. Wie sieht's bei Nera eigentlich mit Munition so aus? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Noch mehr Untote. Ja. Noch mehr Untote. So. Und... Nervig. Dank der Freiheit. Und Dank der. Dafür gibt's hier halt jede Menge Ressourcen, sag ich jetzt einfach mal. Eigentlich schon wieder viel zu viel für das, was wir brauchen. Das Gute ist, Fallen sind hier eher rar gesät. Ja. Ja. Das ist es diesmal. Jetzt haben wir mal ein bisschen. Wo? 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 Kast! Oh Gott! Wo lang. Wo? Wo! Wo? Wo. Wo? Wo! Wo! Ja, wenn ich es mir so ansehe, könnten wir den Ort hier mal kurz zum Rasten verwenden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jetzt sind wir in dem Bereich hier oben fertig. Machen wir den unteren und gehen dann hier drüben weiter. Gibt ja noch mehr als genug Bereiche. Hier sieht es sogar so aus, als ob ein Durchgang, glaube ich, war. Die man öffnen konnte. Okay, Sackgasse. Ja, hier ist ein Durchgang, was uns die Karte in letzter Weise durch diese Funktion jetzt auch anzeigt. Das zeigt. Karte! Ja! 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 Ja, nein, mit 5. Tollen Monster. Ich habe einen Start der Monster herbeirufen. Den brauchen wir unbedingt. Wie lange hebt eigentlich so ein Stärke-Trank? 20 Minuten. Ich hau die einfach mal weg. Jetzt hast du wenigstens für eine Weile etwas mehr Druck. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für mit Vergnügen. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Noch ein Stapel Leerer. Die ist jetzt auch langsam voll. Ja, wie ihr wünscht. Ach, ey, je. Oh, großes Ach, ey, je. Ja. Ich werde an diesem verdammten Ort gelangt. Dummköpfe, ihr seid zum Scheitern verurteilt. Umdrehen willkommen bei den Verdammten. Ihr werdet hierbleiben. Jawohl, das werdet ihr. Ich bewahre den verwitterten Körper von diesem Dummkopf. Ja, es gibt nicht viel anderes zu tun. Zurück in den Kreatur. Übles Gift soll mich nicht anstecken. Und was für eine Art von Beste seid ihr sprecht, arme Kreatur. Arme Kreatur, arme Kreatur. Ich brauche kein verdammtes Mitleid. Dieser Ort ist ein ewiges Grab für die Opfer längs vergangener Schlacht. Nun, ihr zeigt Mitleid. Selbst unverdreht würde ich lachen. Doch nun hasse ich sogar ihr, der ihr hier geht, wie ihr ich es tatgewerdet, fallen wie auch ich viel. Durch einen ebenso unvorstellbaren Feind. Der einzige Unterschied wird sein, dass Dullak nicht hier sein wird, um den Sieg für sich zu beanspruchen. Auch wir haben gegen den Dämonen gekämpft. Auch wir, die Legende, kennt jedoch nur ihn. Nicht die untoten Mitkämpfer. Ja, eine wirklich interessante Geschichte. Aber ich glaube, ich sollte lieber gehen. Spart euer Jammer für Baden und Gelehrte, auf dem mich berührt es nicht. Ich bin ein Bade. Ich überlasse euch eure Hilfensigkeit, wenn es das ihr was hier wollt. Euer bärmliches Schicksal ist schrecklich. Gibt es nicht irgendetwas, was ich tun kann, bevor ich gehe? Ewiger Tod ist euer Leiden. Da kann ich euch geholfen werden. Ich werde euer armes Leben beenden und das Leid eurer Seelen nehmen. Unvorstellbare Feind, wovon sprecht ihr? Ein so mächtiges und übles und großes Übel, dass es nur Dunkelköpfe verfolgen und bekämpfen. Ein wirklicher und furchterregender Tanari. Seinen Namen nimmt nicht in den Mund, es sei denn, ihr wollt seine Aufmerksamkeit auf euch lenken. Er treibt schon seit langer Zeit sein Unwesen Schlange vor dem Fall des Turms. Wir kämpfen zusammen mit Dulak, um das Böse einzuschließen. Sein Streich war erfolgreich und unsere Seelen waren verloren. Wir müssen, wir bleiben, in nicht zu erlösendem Übel verwandelt, dennoch Helden und nicht zu töten. Eine grausame Beherzigkeit. Dulak wurde Legende und uns wie Mitleidmann. Nehmt euch in Nacht von dem starren Blick. Er ist nicht starr und leer, sondern ein Blick in eure eigene Seele. In Dulaks Turm habe ich einen mächtigen Wunamm Skrill getroffen. Er hat mich vor einem sogenannten Tanari und seinem Todesblick gewarnt. Ein Blick, der doch kein Blick ist. Das klingt noch furchterregender als der Blinger des Basilisken. Ich frage mich, ob herkömmlichen Vorsichtsmaßnahmen mir überhaupt helfen können. Ich werde mir das merken, obwohl ich nicht glaube, dass ich glaube, auf ein solches Wesen zu treffen. Geils Kampf liegt schon sehr lange zurück. Wir haben den Tanari doch oben im Turm gesehen. Ja, gibt es nichts, was ich tun könnte, bevor ich gehe? Was tun? Nichts könnt ihr tun. Ihr könnt nichts tun, außer ihr könnt meinen Namen von diesem Ort mitnehmen. Nehmt ihr Erinnerung an die Schlacht und meinen Namen mit, dann werde ich befreit sein von Dulaks und diesen verdammten Dämonen, vom Schatten Dulaks und diesen verdammten Dämonen. Kämpft nun auf, dass ihr die Wahrheit sprechen könnt, dass diese Schlacht fürchterlich war. Ihr werdet ihr Erinnerung von hier mitnehmen. Kommt, nervt jemand anderes. Was ist es diesmal? Bleib zurück. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder in Start sind. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kompass-Schlüsselstein. Okay. Rüstungsklasse 8 Abschützer. Okay. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ihr habt geläutet. Ich kann jetzt mal kurz einen Hast machen, das wird da schnell. Wie ihr wünscht. Durchkommen. So, das heißt... Den Abschnitt haben wir. Jetzt können wir da drüben weitermachen. Ja, mein Schrauber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich helfen, wie ihr will. Für und wenn das euer Wunsch ist. Noch ein Gegengift. Ach, ein Stab der Blitze. Gegengift. Trank für die Tranktasche. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur... Oh... Oh...